Hi Leute, willkommen zurück zu One Piece Pirate Warriors 3, Totenkopf und Kirschblüten, yeah, mal sehen wen wir benutzen können, immer noch die gleichen Vagabunden hier, ja Ruffy hatten wir beim letzten Mal, wie wärs wenn wir nochmal Zorro benutzen, mit dem Berrywachstum, wir haben ja jetzt Geld, beim letzten Mal haben wir arsch viel Geld verdient, ich glaube wir machen mal Berrywachstum bei allem, ich glaube das hat nicht so eine große Wirkung auf die Kumpels, die wir beim Kizuna ein bisschen brauchen, aber egal, wir haben jetzt zumindest eine starke Gang, nee, Lysop will ich nicht, aber Münzen verwenden bei Zorro wäre eine ganz gute Sache, yo, das sieht gut aus, das sieht gut aus, Segelsätze, Zorro, der, die Heuschädel war jemand anders, das war ja Heohei, das ist eine ganz andere Serie, nee, äh, Marimo, Hey, du hast so Freunde, ich bin ein Freund Die Stroh-Piraten entkamen aus Logtown und machten sich endlich auf den Weg in Richtung Grand Line, bald erreichten sie eine Insel, wo sie auf Mitglieder der Barockfirma einer Kopfgeldjäger-Geheimorganisation trafen In diesem Kampf beschützen Raffi und seine Crew Vivi, Prinzessin des Königreichs Alabastia, die verdeckende Barockfirma ermittelte, berührt von Vivis Wunsch, ihr Heimatland aus den Fängen des Bürgerkriegs zu befreien, wollen sie es sicher zurückbringen Nach ihrem hassigen Aufbruch bekam Nami jedoch ein schweres Fieber und brach zusammen, Vivi bestand darauf, dass Nami dringend behandelt werden musste, bevor sie weiterreisen konnte, so landete die Crew auf der Winterinsel Drum Eins vom Königreich Drum regiert und bekannt als das Land großer Ärzte befand, es sich im ständigen Verfall, seit der König Vapol gefroren war, um einem Angriff von Piraten zu entgehen Die Ärzte der Insel waren von Vapol gefangen worden, nur eine Ärztin namens Dr. Kulea lebte noch in einem Schloss in den Bergen Drum Raffi und seine Crew überfanden viele Hindernisse durch die unbeutsamen, verschneiten Berge, auf dem Weg zum Gipfel, bis ein Weiterkommen nicht mehr möglich schien Ich bin zu ihm beim Gehleisch Es ist die Einzige Kirchen, die es für die Gehleischung ist, nicht mehr so, dass sich im Reheischen Als Schüsse des Gehleischung für die Gehleischung an es läuft, wird in dem Weg eingefroren Göttoman kann seine Raffi durch die D&D von hierzu Das war's für heute. Ich bin mir das Schmutzig. Ich bin mir die Ope. Ich bin die Schmutzig. Die Frau ist der Schmutzig. Sie sind die Schmutzig. Das ist okay. Die Schmutzig-Geräusche und die Frau wird gut geholfen. Das ist sicher. Dr. Kureha Dr. Kurehaは Chopperの悲しい過去を語り始めた 人々の実を食べたトナカイ、トニートニーチョッパー 彼はトナカイからも人からも拒まれる孤独な存在であった 傷ついた彼を唯一受け入れた野武医者、ドクター・ヒルルク 彼はチョッパーを息子として扱うが死病に侵されていた 国を癒すためヒルルクはある研究に余命を費やしていたが 人々の実を食べたトナカイ、トニートニーチョッパー 彼はトナカイからも人からも拒まれる孤独な存在であった 傷ついた彼を唯一受け入れた野武医者、ドクター・ヒルルク 彼はチョッパーを息子として扱うが死病に侵されていた 国を癒すためヒルルクはある研究に余命を費やしていたが 医者狩りを掲げたワポルの罠により世を去ってしまう チョッパーはヒルルクの医師を継ぐためドクター・クレハの下で医術を学んでいたが その心は未だ傷ついたままであった 待てこりゃー! きゃー! ま、待てよ あいつ、さっき喋ってなかったか? ん? そういやあいつ、二本足で立ってたような バケモンだ! なんだありゃ!二本足で歩いて、トナカイで、モコモコで チビで、でかくなって、バケモノで いいやつだ!おもしれー! サンジ、あいつ仲間にしよう! ほら、待て、バケモノ! 俺たちの仲間になれ! あいつ仲間にしよう! あいつ仲間にしよう! あれ? この匂いは... ワッポル! お前の仲間にしよう! あいつ仲間にしよう! いや、どこにしよう! レッドfficル! 滴出る! 一、二、三、ビー! あそ、ちょうどつでない ことにしよう! 行くことにしよう! どこにしよう! 行くこと! もう一口はスタート! ここまで言ったら! みんなしやすく活動者が RASHIMON! Was ist das? Tor? RASHIMON! Moin! Da gibt es auch einen bei Naruto, dieses Tor da. Aber Vivi ist auch im Start. Kann man die eigentlich auch spielen? Das wäre cool. Nee, kann man nicht. Kann man nicht! Ich meine, als Zoro alleine kriegt er schon wieder zu gewinnen. Oh Gott, ist das hier so eine King-of-the-Hill-Sache? Ja, dann krieg ich das doch ganz locker gedeichselt. Hey du! Hey du! Ist Rack-up verboten? Im Rückzug. Da ist ja noch einer im Rückzug. Da unten war da noch einer gerade. Wo ist denn der? Ja, der kriegt schon die Jacke voll. So muss das. Hello again! Das ist schön. Hauptsache viele Leute platzen. Das heißt, wir dürfen eine Ausflugzeichen. Und alle sind viel drauf. Okay, Raffi ist auf dem Maximum. Dann wollen wir mal den Dämonen gleich rauslassen. Aber erstmal muss ich diesen anderen Typen hier holen! Moin, Begeule! Nee! Für Shopper weiß ich natürlich noch nicht, wie dieses Beschwören da funktioniert. Da müssen wir erstmal so ein bisschen witzig da die Kombos austesten. Wie wär's damit? Nee, da ist kein Shopper, der meint mitmachen zu müssen. So. Das ist auch ne ganz lustige Sache bestimmt. Aber das bringt uns nicht weiter. So sich so rumdrehen und... Okay, das kann ich ja mal machen. Das ist echt geil! Nee! Moin! Ich gebe immer mein Bestes! Ja, ich weiß! Chopper, wie mach ich das denn? Ein bisschen mitmachen hier. Da ist er! Aber das bringt nichts. Hier einfach so einen Punch, das ist schon ein bisschen Arm-Chopper. Da gibts ja wahrscheinlich selber zu. Oh man, Chopper ist... Ist es auch wieder so einer? Diese ganzen Trickster-Charaktere, die bringen es ehrlich gesagt nicht. Also, vielleicht bringt es ja was, wenn du gegen so einen recht starken Gegner kämpfen musst. Aber naja... So ist das ja alles hier sehr Lama-Zang. Okay, warte mal hier. Ja, Stürtec! Territorium eingenommen. Und zwar in die Süden. Warum auch immer der jetzt hier so ne geile Szene gemacht hat, ich weiß es nicht. Aber wir haben es zumindest hingekriegt. Jetzt müssen wir in Richtung Süden. Da ist ein gelber Fleck. Besiege den aufgeregten Lapin und beruhige ihn. Dafür brauchen wir Sanji. Ruffy hat angekämpft, um gegen Lapin zu kämpfen. Diese Lapins waren in den ganzen One-Piece-Spielen immer sehr, sehr, sehr nervig. Okay, dann machen wir mal ihn hier. Ich erinnere mich daran, dass die Reichweite von Zorro Super-Attacke hier nicht so hoch war. Okay, da ist der Lapin. Moin! Mit den Barneys! Mit den Barneys! Mit den Barneys! Moin! Mit der ferten Klauze. Die sind gar nicht niedlich. Das sind richtige Schweine. Und die waren in jedem One-Piece-Spiel ultra nervig. Okay, du schaffst. Ich geh mal in den anderen roten Bereich da. Das heißt, ich versuch's. Okay, da ist das so, was ich dann gleich? Okay, bitte. Soll ich jetzt gar nicht mehr? Darunter? Ja, geschafft! Wahrscheinlich helfen uns die Lathens jetzt. Okay, warte mal, das ist doch eine super Möglichkeit hier. Chopper mal mit seiner Hilfe. So, jetzt geht sie los! Jetzt geht sie richtig auf den Sack! 500 K.O. Minimum Plus! Noch mehr K.O. Gibt alles! Oh Gott! Wäre ja richtig aufgewiescht hier! Im Tunnel! Und da gehört das Territorium hier! So einfach, ganz super! Okay, wie ist denn das jetzt? Ich gucke einfach mal an raus hier. Ich habe sowieso keine... Okay! Du bist da! 101 K.O. ist. Ich weiß gar nicht, woher die alle hernimmt. Da waren noch gar nicht so viele. Der tut einfach so, damit ich mich besser fühle. Eigentlich waren das nur zwei oder so. Ja, 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 ja! Genau so! Genau! Das ist das Problem! Okay, jetzt kommt hier die Vorhut oder was? Ihr wollt alle Ärger oder wie ist das? Ruffy ist mein Freund! Der ist mein Homeboy! Moin! Okay, warte mal, was ist denn mit ihm hier? Das ist auch sehr lustig! Ich sehe hier zwar nichts, aber das ist trotzdem easy! Moin! Hihihi, auf! Okay! Und schon wurde die Gefahr abgewehrt. Und jetzt gibt's nochmal zum Abschluss richtig bald auf die Nase. Tja, das haben die sich auch alle anders vorgestellt. Eine Abkürzung zum Warpol. Ach, das ist ja der Wahnsinn. Das ist nett von dir. Danke! Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie nervig diese Larpins bei Unlimited Cruise Red waren? Wie hieß das Spiel so? Ich weiß es nicht. Bestimmt irgendwie so hieß es. Okay, jetzt ist hier erstmal Sanji angesagt. Hauptsache, wir haben sehr viele unserer Kumpels hier im Gewahrsam genommen. Und mein Lieblingsangriff! Da fängt es nämlich richtig an zu bimmeln. Wenn man den richtig trimt und dann einfach so durch die Masse durchrennt, dann... Da hat auch dieser Sanji da gar keine Arbeit mehr eigentlich. Das hier glaubt gar nicht, wie viel Spaß das macht hier. Einfach alles zu fletschen und dann diese Sound-Effekte noch dazu. Jetzt soll ich die Kamera auch noch umstellen. Das ist egal. Das können wir eh nicht wissen hier. Soll ich den Wapel bewegen? Der ist doch da unten. Ich weiß nicht, wie viel Verstärkung ist aufgetaucht. Was ist hier? Verstärkung. Ich glaube es gibt ein Achievement, wenn man hier alle Larpins am Leben lässt. Das ist aber relativ schwierig, wenn man das auf einem schweren Modus macht. Es ist in jedem Spiel immer so ein riesen Akt, andere Feeder am Leben zu lassen oder auf die Akt zu geben. Man denke nur an sowas wie Pokémon Mystery Dungeon. Okay, zum Beispiel das hier. Ich finde seine Attacke nicht so geil. 3.000 Welten, 3 Leute umdauern. Okay, ich muss jetzt hier zum Lapin rennen. Sonst kriegt das Probleme. Hier lang. Ey Lapin, ich bin gleich da. Hältst du noch so lange durch? Oh, ich hoffe doch. Wir machen es jetzt einfach zu viel. Und schon sieht die Welt ganz anders aus. Und alle kriegen kaputt, alle gehen rauf. Ja, ganz. Ich kriege ich sie gar nix mehr hier. Ehrlich gesagt, ich krieg hier alles weg. Ich meine, ihr wundert euch wahrscheinlich, warum ich hier noch die Überlegabe habe. Ich drück einfach in irgendeine Richtung und guck, wo ich kann sie gesichter von den Gegnern sein. Und dann drück ich einfach irgendwelche Löffel. Zum Beispiel das hier. Und dann fangen die alle an zu bedanken hier. Okay. Okay, den Lapin muss ich retten. Sonst kriege ich mein Geld nicht mehr wieder. Oh Gott, oh Gott, meine Zeit läuft aus. Meine Zeit läuft aus. Meine Zeit läuft aus. Ich haue ihn einfach mal hier mitten in mir. Das ist eine Lüge. Und das sind jetzt die Gesamt-Kos, die ich während meiner Superphase da hatte. Das kann sein. Ich glaube, das ist, das wird dann nicht in die Zeit. Ähm, ich lass mich hier auch noch so verarsen. Das gibt es nicht. Polizei-Attacke. Was ist eigentlich hier jetzt mit, äh, Erregung öffentlichen Ärgernisses? Das würde ich gerne mal wissen. Also, das interessiert mich jetzt. Das ist der Simulator. Oder der Film. Wie war das? Du wolltest beides sagen. Also GTA ist ja im Endeffekt sowas wie Erregung öffentlichen Ärgernisses Simulator. So, hab ich jetzt eigentlich alle hier... Oh, Lissop ist gerade der King. Aber ich käme so ungern mit Lissop. Weil Lissop nicht Wurstel ist. Um hier die Leute aber am Ende nochmal wegzufletschen, ist Lissop gar nicht noch so schlecht. Das möchte ich ihnen sagen. Territurium eingenommen. Ja, ich presche weiter vor. Die Lapins sind noch gerade fresh, das ist gut. Und das nutze ich mal, um meine Wertung zu erhöhen. Die feindliche Verstärkung hier am Arsch. Du Soppe! Moin! Moin! Wapol ist irgendwie auch ein lustiger Charakter, finde ich. 64 Karos. Das ist gut. Und jetzt fängt sie mit Marini an. Einmal alle. Ich glaube, das denkt Wapol sich gerade auch. So. Den mache ich. Fertig. Den mache ich. Das wollen alle. Oh Gott. Na gut. Oh, guck mal. Die applaudieren hier im Feind. Hier im Champion. Das gibt es doch nicht. Die müssen hier applaudieren. Hier. Wow. Wow. Und dann versuchen wir es nochmal so. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Das ist doch super. Auch wenn die mir nicht sagen, wie viele ich von denen jetzt insgesamt war und habe. Aber Wapol ist zumindest weg. Das reicht mir schon. Oh, woher kommen wir? Ich bin nicht mehr. Okay, ich nehme mal den langen Weg. Ich gehe mal wieder zurück und versuche zu helfen. Du kannst nicht mehr. Das Haus ist mein Haus. Das Haus ist mein Haus. Das Haus ist mein Haus. Ich bin der 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 Haus. Das Haus? Der Haus ist der Haus. Ich bin der Haus. Ich bin der Haus. Aber ich versuche diese Polizei nicht so, weil ich mich nicht blockieren kann. Ich bin der Grund, was habe ich in meinem Kopf 용en gebetet. Ihr wohl auch den Glengroni. Der Schnellttuch zwar Macht прав territności. Ich bin der Nationalhiroere Anbi catastrophe. Ich habe das Stimme και immer verschont. Und das ist das, was du mit einem Schuss verabschiedet hast. Herr Doktor! Du hast dich zu retten! Geh aus diesem Land! Hallo! Okay. Ich hatte mich eigentlich darauf gefreut, dass wir jetzt diese Cutscene mit Flagge runterballern kriegen. Aber dann eben nicht. Hier ist noch eine Base, die wir einnehmen sollten. Sonst fängt unser Masukilami an zu knallen. Moin! Bin da! Also der Larpinger, nicht Masukilami. Sie wohnen ja im Dschungel und nicht im Schnee. Diese scheiß Masukilami. Hallo Lüster, ich wollte es auch mal mitmachen. Das ist wieder meine Attacke hier. Das sind Düsi-Jäger. Ne, nicht der Düsen-Jäger, sondern Düsi-Jäger. Von Seitenbacher. Das sind Düsi-Jäger. Werksteiger müssen. Okay. Geschafft! Ich bin der Welt. Ich bin der Lüster, ich bin der Lüster. Ich bin der Lüster, die sind die Höhen. Aber der Lüster. Es gibt keine Arme, doch nicht zu sehen. Ich bin der Lüster, der Lüter, die sind zu sehen. Nordwestliche und nordöstliche Festungen wurden unter einer durch Lapin ausgelöste Lawine begraben. Wir haben freigelegt, weiß ich nicht. Eins von beiden wird es sein. Sie haben sich für uns eingesetzt. Dann wollen wir mal Sanji unterstützen. Oh, moin. Oh Gott, da sind die Kommande. Die machen natürlich sehr viel Stress. Okay, da rechts, die komplette Ostflanke. Die muss komplett geklärt werden. Das ist meine nächste Aufgabe. Ich will mich die Jungs hier drücken lassen. Fluchtversuch vom Lapin. Ich sproze hier wieder zurück. Ist das eigentlich noch... Warte mal, ich wollte jetzt eben einmal kurz nachgucken. Ich habe übrigens gemerkt, wie man hier das ändert. Siege mit Blablabla, mit Ruffy innerhalb des Seilimits. Beschütze alle Blah. Beschütze alle Blah wird wahrscheinlich das Lapin-Gedöns sein. Deswegen muss ich da runter und denen nochmal helfen. Und wo ist er denn? Hallo. Okay. Das holen wir uns nämlich. Es ist immer nervig, andere Leute zu beschützen, in so Videospielen. Das habe ich ja schon sehr oft gesagt. Aber manchmal geht es einfach nicht anders. Und jetzt switchen wir nochmal auf Sanji. Und jetzt gibt es hier Buckhand-Futter. Hallo. Während der Lapin hier rumrallt, brauchen wir eben noch den Piratenkapitän. Ich glaube, dann ist das hier alles ein bisschen entspannter. Wir können ja theoretisch das alles von Süden nach Norden machen. Das funktioniert. Okay. Los geht's. Und Lissop ist wieder am Start. Hi Lissop, alles klar. Los geht's. Ich glaube, das stellen die Jungs sich hier auch gerade sehr anders vor. Ja, okay. Das reicht, das reicht. Das machen wir nochmal in die andere Richtung. Damit wir alle mal was von dem Pferd abkriegen, ne? Hinter dem Bergwöhle. Mein Spaß ist heute gewiss. Oh mein Gott. Da gibt es auch Stresse. Und da kann mir auch keiner vorwerfen, dass ich mir gleich die Kompos nicht sehen kann. Weil ich hoffe, die Kompos ja gar nicht sehen kann. Ich habe selber keine Ahnung, was passiert. Kaum mache ich diesen Klaus-Futter-Vodos an, ich denke hier alles an. Okay, Höhle eingenommen. Dann haben wir das hier. Wir schaffen hier alles nochmal mit. Und dann bin ich auf dem Weg zum nächsten. Okay. Naja. Und hier lasse ich es dann auch nochmal ein bisschen schlappen. Okay. Zum Abschluss einmal umdrehen. Und jetzt hier der Erzikort an anfangen. Oh ja. Vielleicht war ich das ja schon. Man weiß es nicht. Aber ich glaube, davon habe ich nicht gut genug gezielt. Oh, guck mal. Das geht bis dahin. Ja, dann ist das ja alles. Wir ritten es hier. Guck mal, die haben alle gar keinen Bock mehr. Barpol ist aufgetaucht. Das heißt, wir müssen jetzt wieder in die Mitte? Das heißt, wir müssen jetzt wieder in die Mitte. Das heißt, wir müssen jetzt wieder in die Mitte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schopper hat A gefangen mit Warpul zu kämpfen. Ja, dann machen wir doch mal mit. Oh ja. Ich glaube, jetzt gehen wir hier in die heiße Phase. Das macht natürlich mehr Spaß hier. Wenn Schopper dabei ist, dann heißt das, wir sind hier gleich schon... Boah, ein Endgegner, denke ich mal. Aber vorher würde ich eigentlich gerne seine Lakaien verprügeln, damit ich das mit dem Kizuna mal ein bisschen mehr hinkriege. Vor allem, man weiß ja auch nicht so genau vorher, wann das hier alles aufhört. Ich denke, ich bin hier in die heiße, oder sei ich gleich tot? Ja, so schön sind das. Aber hier ist eigentlich gar nichts mehr los. Das ist ein bisschen schade. Ich kann ja hier oben nochmal rein. Und dann so links lang. Und die Jungs werden nochmal richtig schön meinen Stahl spüren müssen. Aber dann ist es auch vorbei hier. Guck mal, das ist ja nur noch zu frei. Ja, das ist doch alles keine Herausforderung. Und vor allem gibt es keine Punkte für den Lussob. Ich habe auch gar nichts mehr hier. Alles lahm. Lahm er zockt. Okay, jetzt der Capitano. Moin. Du dann mit deiner Axt. Was ist das für eine Genehmigung? Genehmigung? Die Dinger sind nicht mehr gekauft, Alter. Okay, war es das? Ich glaube schon. Dann gibt es aber alles nicht mehr weiter hier. Joppy. Joppy. Relax, Nacken. Dann fangen wir mal so an. Oh, Lussob ist auf Max. Das ist natürlich schön. Ist aber auch nur aus, äh... Äh, hier, ne? Aus Mitleid. Weil die gemerkt haben, dass es alleine wahrscheinlich nicht hinkriegen würde. Und deswegen haben die sowas hier gemacht. Oh, du, das ist dein Freund. Tut mir leid, ich wollte eigentlich beinieren. Aber der ist jetzt ja hundertmal einfacher als Smoker gerade eben. Es sei denn, er hat noch eine dritte Phase, von der ich jetzt habe gesagt. Oh, jetzt war der eben ein Brumpenreise. Reidelt, reidelt, reidelt. Reidelt, 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 reidelt. Alle auf einen. Alle auf Warpol. Jetzt noch ein Spiel. Na gar. Alle auf den, den keiner mag. Spielt immer alle auf mich. Das ist so schön. Und wenn man dann so ein bisschen älter wird, so 16, 17, dann findet man es gut. Vor allen Dingen, wenn die alle dann anderen Geschlechts sind. Hallo, Warpol. Lässt du dich einfach mal fletschen von mir? Ich habe auch ein bisschen Schiss jetzt, den Kizuna-Modus zu aktivieren. Hinterher passiert wieder sowas wie beim letzten Mal. So, wir sind alle Freunde hier. Ich mache es einfach. Das wird schon schief gehen. Wie viele Rumble-Boys-Jopper da schon gephrased hat. Der müsste eigentlich eine Riesen-Elche werden. Yeah. Ich mache es nicht so gut, wenn ich den Kizuna-Modus-Jopper da bin. Was? Das war's für heute. Gehen wir weg! Ich kann nicht so sein, dass du mit deinem仲間 sein kannst. Deswegen bin ich für mich geholfen. Vielen Dank für mich. Ich werde hier sein, aber wenn ich mich wieder anschaue bin, dann bin ich hier. Brüse! Gehen wir! Oh! Oh! Gehteyo, Doktorinu! Ich bin ein海er geworden! Ich bin ein Freund mit ihnen. Ich bin ein Freund mit ihnen. Das war's für mich. Ich bin ein Tohnaakai! Aber... Ich bin ein Mann! Du bist wie ein Mann, wie ein Mann, wie ein Mann? Ich kann nicht nur ein Mann aufgeben. Ich bin ein Mann! Du bist aus dem Meer, was ich aus dem Meer kann? Wie kann ich das Beste auswählen? Ich bin der Fall, der ich mich nicht so überraschend bin. Nein! Ich bin nicht so überraschend! Ich habe meine Forschung überraschend gemacht. Juhu, los! Ich bin auf dem山! Ich bin auf dem Weg! Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich bin! Oh! Tsch... Tsch... Okay, jetzt bin ich... ...dass du... ...dass du... Okay, nicht? Und dann schauen wir mal. Eins, zwei, drei. Oh, den auch noch. Und ja! Ja, alle bis auf einen. Das ist doch gut. Das ist doch super. Klimataktstock und fast Dr. Kulea gekriegt. Geil. Und hier bimmelt es auch gerade. Fähigkeiten, Poster von Vapol. Ja, und dieser Hase ist jetzt unser Freund, offensichtlich. Cool. Wir haben einen Hasen zum Freund. Nein, das machen wir nicht automatisch. Verweißzeit des Kriegers Plus und seit dem Kizuna Rush wird verlängert. Stylisch ist auch gut. Jawollo. Okay, ein neuer Gegenstand steht zur Verfügung. Das ist alles fein. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht es gut, Leute. Tschüss. 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 Tschüss.